entering battlegrounds das kennen wir schon okie dokie 144 gegner ein secret so wir kriegen hier direkt viel ausrüstung werden auch noch von irgendeinem hitscanner beschossen da hinten machen wir erst mal kurz die im zweck zack zack au na komm an wunderbar wunderbar so ja schießen die hier ab ok da ist eine bfg sehr schön perfekt und eine blaue karte werden wir brauchen um hier durchzukommen lol lol wir haben noch rockets schön da ist noch nen shotgunner drin ok perfekt läuft doch eigentlich echt ganz schön reibungslos bisher ok scheiße ok oh je das hätte böse ausgehen können aber ist glücklicherweise nicht so wir haben die blaue karte da drin wir haben die bfg dort scheiße das sollte kein problem seien wegzumachen und ach scheiße wunderbar ok die bfg ist kein secret i see ha fuck ja das war schlecht gemacht das war schlecht gemacht von mir gebe ich offen und ehrlich zu so viel besser ok ich krieg das so nicht auf ok dann denke ich mal öffnen wir das wahrscheinlich sobald ähm vielleicht sogar hier drin lol oh oh pfff hahaha wie frech ey das hehehe so holen wir uns das hier mal einfach nur damit es aufgenommen wurde ach du scheiße ach du scheiße so so perfekt so oh je ach lol die haben die fässer erwischt jetzt ich frag mich gerade so was zur Hölle hat denn da Explosionen gemacht aber ja klar ja klar das das habe ich nicht bedacht leider das habe ich absolut nicht bedacht ok interessant ha ok das das möchte ich mir anschauen kurz wir haben aha 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 jihihi hoho das ist doch super hallo ja wir nutzen den Engel hier einfach schön scharmlos aus das machen wir uns auch sehr easy ja das machen wir uns auch sehr easy ok zurück kommen wir so einfach nicht oha ich hätte gern die berserker forst für euch alle aber naja ich glaube die kriege ich so schnell noch nicht ich werde euch erst alle töten müssen davor i'm sorry ich würde euch gerne wegprügeln so ok warum kriegen wir hier so viele Anzüge ist einfach nur so weil ich hätte dann gerne auch den Item Count natürlich wow der hat viel ausgehalten so war es dies ich denke na gut ne naja schön ok ok oje perfekt noch so ein kleines ja nennen wir es mal Massen Encounter aber no problem würde ich sagen füllt halt quasi nochmal die Map was eigentlich tatsächlich sehr cool ist also cool gemacht dass hier die Map nochmal quasi dadurch gefüllt wird au so heute haben wir echt viel Rüstung eingebüßt aber so ist es nun mal nur noch zwei Gegner haha frech dass der einfach abbaut gut dann komm nein ach Mist genau das wollte ich vermeiden frech naja so aber einen schönen perfekten Statscreen haben wir aber ja die Map hat mir tatsächlich sehr gut gefallen war sehr cool Design mir gefiel dass nochmal sich alles geöffnet hat dass quasi dieser komplette Bereich mehrmals genutzt wurde auch wie sich die Map dann nach und nach geöffnet hat wie man das navigiert hat hat sich alles sehr organisch angefühlt tatsächlich irgendwie irgendwie und das obwohl es trotzdem sehr offen war sag ich mal also ja absolut absolut cool designte Map hat sehr viel Spaß gemacht aber gut würde ich mal sagen sieht man sich beim nächsten Video wieder bis dann ciao ciao chil- schaut Vielen Dank.